So, damit geht's weiter. So, und, oder jetzt? Ich kann da werfen. Ähm... Stimmt, ich muss noch was gegen Tags machen, eindeutig. Habe ich hier Bananen bauen jetzt eigentlich? Ja, habe ich ein Stück. Ein Stück mehr. Ich habe die andere, die zu spät gesetzt. Oh Mensch, nach 2.000 kostet das ja, natürlich. Ist ja fast kostenlos hier, Wurst. Ich habe wirklich keine Lust, die ganze Zeit hier einzustellen. Ich habe auch keine Lust. Dass die Bananen die ganze Zeit verschwinden. Ah ne, ist... Oh. Ich habe das falsch geupgradet. Geht doch auch. Wo ist das? Wie jetzt da wird nichts hin? Oh... 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 Ja, ich finde es lustig. Ich mache das, glaube ich, auch gerade aus Fahnen anstatt dass es sinnvoll ist. Jetzt kann ich jetzt auch so töten. Brauche ich die ja nicht mehr. Oh, hat ja sogar alles funktioniert hier. Kann auch einfach mal mit seiner Oma quatschen und dabei bemerken, dass es regnet. Das war jetzt mit den 6.000 oder wie viel ich gerade hatte. Okay, sieht aber komisch aus. Ich habe jetzt aber eigentlich Essen. Deswegen. Gleich runter. 2.900. Ach so, stimmt. Ich könnte auch mal einsammeln, was sie da machen. Wenn ich dann hätte, die Zukunft zu lang haben, dann würde ich dann mit den einer Hälfte ausbrechen. Das ist jetzt noch gleich ein paar APs, glaube ich, jetzt. Aber vor allem ein paar... Ein, 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 ein. So, jetzt stand 2.800, dann ist er auch geredet. Ich glaube, ich mache das gerade einfach nur für die EP, weil wir brauchen keine EP mehr. Die monumentale Reichweite wäre zwar schon lustig für den, aber... Ich mache den auf Sonder, aber dann machen wir den Monatale Reichweite. Aber weit ist gar nicht. Ich habe gerade überlegt, den hier unten schwarzer Champion zu machen, aber... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... ... ... Ich will noch zwei von denen haben, dass dann, glaub sie wird sich's auch lohnen. Das war jetzt ziemlich günstig einfach drüber. Aber dann habe ich mir durchgehoben. Ein Wunder, dass da so viel durchgekommen ist. Achso, und mir wurde gesagt, ich wurde angeschrieben, deswegen. Ja, ich wurde angeschrieben, auch wenn ich die Lagen nicht gesehen habe. 2000, 1000, 1000, auf dem Zentralmarkt. Was bringt das? Ich hoffe, hier hunde ein und ein Schiff, muss 10% einkommen. Seh. 18.000, uh, das ist mir halt ein bisschen zu steuer. und tot egal wie gesagt wollte eh weg habe ich jetzt noch ein paar ab und müssen es funktionieren also ne sah jetzt so aus als würde mir jetzt hier nur 71 fühlen bis zum nächsten level aber ist nicht so gut dann hoffe ich dass euch die folge so verein hat und wenn ja könnt ihr ein like da lassen oder ein abo oder auch beides und dann bis zum nächsten video tschüss